Passt, ähm, dass ich diesmal denke, wo der liegt. So, Licht an, los, dann geht's los, also. Das ist die Seite und dann die Bedienungsanleitung, Uhr an. Vorbereitung zum Spiegeln, Anschlüsse. Wenn Sie den Synthesizer an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie bitte unbedingt die dazügerige Benutzerdokumentation. Der Synthesizer besitzt keine eingebaute Lautsprecher, um den Klang hören zu können, muss ein Wiedergabegerät angeschlossen werden. Das ist in jedem Fall das hier. Hinten links, hinten links ist bei mir auf der rechten Seite, das ist hier. SD-Card Slot hier, dann USB hier und da ist ein MIDI in und out through. Und dann gibt's hinten rechts, das ist bei mir auf der linken Seite, Pedal. Instin, Audio in, das ist ein Stereoanschluss. Mikrofon, da habe ich auch ein extra Kabel für gekauft. Mikrofon, das ist ein ziemlich kleiner Regler. Und dann Line-Out links, rechts habe ich angeschlossen. Und das geht hier an den Verstärker, das ist hier so ein Klinkenstecker. Kann ich Ihnen mal zeigen. Ist neu. So, sowas hier und dann braucht man so einen Adapter dafür, damit das funktioniert. So, wenn ich's nicht zum Lautdreh führe ich mich selber an. Dann Phones, ganz normal Kopfhörer, das ist glaube ich ein Stereoanschluss. Ja, Stereo Standardstecker. Das hier sind zwei Monostecker. Mikrofon ist auch ein Monostecker, ist auch normal. Anderes Modell, elektronisches Musikinstrument ist auch ein Monostecker. Und Pedal ist auch einer, selbst wenn's hier nicht dabei steht. So. Um dies zu tun, Pedal verwenden. Pedal habe ich wieder abgemacht. Schließen Sie ein optional erhältliches Sustain Pedal an. Das ist genau das, was ich habe. Näheres über den bei niedergehaltenem Pedal aufgelegten Effekt finden Sie auf Seite G742. Das ist hier, das wäre Pedal. Das ist, da steht, Instrument Input. So. Ton von einem anderen elektronischen Musikinstrument einspeisen. Verbinden Sie den Auskommensanschluss monoral, also den Monoanschluss des anderen Instruments, über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer. Man soll Volume auf einen niedrigen Pegel stellen und vorher beides ausschließen. Zu drei, CD-Spieler, Audiospieler, extern Ton, ne genau, von einem externen Gerät einspeisen. Verbinden Sie den Auskommensanschluss stereo eines CD-Spielers oder tragbaren Audiospielers über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer. Schließen Sie ein handelsübliches dynamisches Mikrofon und den Synthesizer an. Ich habe hinten eins von Shure SM950, das ist ein dynamisches Mikrofon, das ist ein Tauchspuren-Mikrofon mit 21 Mikrofon. So, ich muss mal gerade gucken, wo war das? Ach, das ist auch hinten, das ist dieser kleine. Da ist es mir geholfen. Können Sie den Pegel des vom Mikrofon eingehenden Tons separat vom anderen Tonregeln näheres zum Auflegen von Effekten auf den Eingangston vom Mikrofon finden Sie auf Seite G78 G7870 Näheres zur Verwendung des Eingangstons für die Klangerzeugung. Finden Sie auf Seite G21, sehr schön. Synthesizer Ton, das ist 5, ein anderes Audiogerät oder ein Verstärker ausgeht. Verbinden Sie den Ausgangsanschluss aus, eben und so weiter, des Audiogeräts oder des Verstärkers über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer. Für Mono-Aurale-Ausgabe mit nur einem Anschlusskabel schließen Sie bitte dieses an den L-Mono-Anschluss des Synthesizers an. Ja, kann man anscheinend an beide. Ich vermute, dass es beide der gleiche Bode schon ist. Es geht auch so. So. Kopfhörer benutzen. Schließen Sie einen optional oder im Handel erhältlichen Kopfhörer an den Synthesizer an. Bitte hören Sie Musik nicht über längere Zeit mit sehr hoher Lautstärke. Dies könnte eine Gehörschädigung zur Folge haben. Synthesizer mit Stromversorgung. Da war ein Netzteil dabei. Da ist auch noch ein japanisches Netzteil dabei. Siehe nachstehend unter Stromversorgung. Jetzt geht es weiter auf die neuen mit Stromversorgung. Oh, da kann man Batterien wechseln. Cool. Guck ich mir auch an. Stromversorgung. Bitte bereiten Sie eine Haushaltsstrom-Netzdose oder eine Batterie vor. Meine Haushaltsstrom-Netzdose ist das hier. So. Wichtig. 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 Bitte beachten Sie unbedingt die getrennte Vorsichtsmaßregel in Hinsicht der Sicherheit bei unsaggemäßer Benutzung dieses Produkts besteht. Stromschlag und Brandgefahr. Die sehe ich jetzt nicht so. Ich wette mal. Egal. So. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzadapter anschließen oder abtrennen oder Batterien einsetzen oder entnehmen. Benutzen einer Haushaltsstrom-Netzdose verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich den dafür vorgeschriebenen Netzadapter. Ja. 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 Verwenden Sie zum Anschließen an eine Haushaltsstrom-Netzdose den für diesen Synthesizer vollgeschriebenen Netzadapter. Sehr schön. Drücken Sie Power zum Einschalten des Stroms. So. Und ich habe schon was eingestellt. Hat mal eben. So. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr weiterzulesen. Ich spiele noch ein bisschen Musik. Die letzte Viertelstimmung. Ich mache einen Lüder-Lenz ins Grüßen. Ich habe einen Lüder-Lenz auf. Oh, mein Gott. Oh nein. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020